Wir bräuchten eigentlich einen Max-der-Dachs-Themesong, ne? Das ist Max, Max-der-Dachs. Das ist Max, Max-der-Dachs. Geht beim Shoppen, Kinder nen Klaps. Das ist Max, Max-der-Dachs. Und im Stream dem Chat einen Schmatz. Royal startet er mit ner Waffe im Arm und ballert den Metroid ganz ohne Plan. In Donkey Kong Country schmückt er King K. Rool, macht ein letzter Drunk und fühlt sich so cool. Nun ist er schon 15, hat vieles erlebt. Paketen-Partys, wo Navi stets klebt. Stopp dessen, hält nun Kater mit ihm wach. Beschert uns mit Witzen, passt auf, der kommt flach. Das ist Max, Max-der-Dachs. Geht beim Shoppen, Kinder nen Klaps. Das ist Max, Max-der-Dachs. Und im Stream dem Chat einen Schmatz. Das ist Max, Max-der-Dachs. Gib dein Shoppen, Kinder nen Klaps. Das ist Max, Max-der-Dachs. Und im Stream dem Chat einen Schmatz. Sand liebt seine Arbeit, sein Leben, sein Reich. Das ist Max, Max-der-Dachs. Das ist Max-der-Dachs. Seine Arme sind der Wahnsinn. Die sind so hart wie Stein. Liebe Worte, bisschen Blödsinn. Nur sein Skill, der könnte besser sein. Das ist Max, Max-der-Dachs. Geht beim Shoppen, Kinder nen Klaps. Das ist Max, Max-der-Dachs. Und im Stream dem Chat einen Schmatz. Das ist Max, Max-der-Dachs. Geht beim Shoppen, Kinder nen Klaps. Das ist Max, Max-der-Dachs. Und im Stream dem Chat einen Schmatz. Bis zum nächsten Mal. Das ist Max-der-Dachs. Das ist Max-der-Dachs. Andererseits möchte ich nicht anfangen, mir mit Zuschauern im Stream Videos anzugucken. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf Reactions, also 0,0. Damit möchte ich nicht anfangen. Nur damit dann irgendwie meine Meinung dann, und wie findest du das, damit man sieht, wie ich reagiere. Da will ich nicht mal hier auch nur die geringste Plattform für bieten. Weil ich finde Reactions super scheiße. Hyper langweilig. Und es tut mir sehr leid.